Ja hallo Leute, ich bin's der WWE Sammler14 und heute mit einem Booster Opening von Black & White Emerging Powers. Ja, ähm, Display, original verpackt, ja nur die Folie ist nur ein bisschen zerrissen. Ja, und ich war gestern im Pokémon Day München und ja, mit meinem Freund, der jetzt auch im Video dabei ist und auch ein paar Booster öffnen wird. Ja, war eigentlich sehr cool, ja. Ab und jetzt werde ich dann dieses Dispersion. Okay, fange ich jetzt mal an, ich weiß nicht wie viele Parts es geben wird. Ich werde jetzt auch das Pokémon Spielen anfangen vielleicht, also seit dem Pokémon Day. Okay, ja, also kann man hier mal alles für Artworks zeigen. Hier. Ich rufe jetzt irgendwie rein, ich weiß jetzt nicht wie hier drin war. Ich kenne noch gar nicht an mit dem Borreos Pack ist es glaube ich. Hier, jedes Pack kommt mit einem Online-Code für ein Booster im Online-Pokémon-Modus. 1, 2, 3, 1, 2. Vegimug, Picochilla, Cotony, Piddo, Goffita, Liligant, Sorg und Ferroforn. Meine Reverse ist ein Swaddle. Die neuen Karten sind mit, ähm, ich weiß nicht ob man das jetzt sieht, mit Blood. Also jeder Typ, Typ an der Karte unten. Und die Rare ist ein Swaddle. So, und weiter geht's mit dem Cobalion, ich glaube das ist das Cobalion-Tag. Ja, oder ich weiß nicht wie das Stich heißt. Und jetzt, ja wieder dieser Online-Code, haben wir ein Fleck-Knoll, Rufflet, Emolga, Wulebi, Darumaka, Liligant, Bolldor und Drillburg. Reverse ist, ist ein, ne das ist die Rare. Goffita ist eine Rare. Und die Reverse ist Ferroton mit dem Effekt, mit diesem Glitzereffekt. Weiter geht's mit diesem, coolen Outback hier mit der, Glitzereffektung. Ja, immer diese Online-Code, die lege ich hier mal zur Seite. Deerling, Sivaro, Minichito, Chibacho, Forestier, Grokorok, Sark, and Whirlpete. The Reverse is a Pample. Und die Rare ist ein Thondarous Full Art Hammer. Geiler, geiler Pull. Hatte ich gestern im Pokémon Day schon zwei ertauschen können, hab sie aber wieder vertauscht. Gegen Psiano nach Tala Goldstar. Und jetzt, ähm, geht es hier weiter mit dem Pack. Ein Klick. Petal, Deerling, Winnipeed, Emolaga, Sigliff, Pokémon Catcher. Das ist Hammer, das ist einfach nur Hammer. Okay, geil. Und Recycle. The Reverse is a Thundarous. Gut. Blitzereffekt. Gut. Ist auch der Spielstab. Und die Rare. LOL. Das ist jetzt ein Epic Pull. Zweimal dieselben. So. Ist das... Ist das eigentlich eine Holo? Ja, das war eine Holo. Dann... Weiter mit dem Lampidian Pack. Der Reverse ist elegant mit diesem Blätterdesign. Und die Rare haben Terrakion Holo. Sehr schöne Karte. Eins der drei legendären Karten. Booster-Bite mit dem Booster. Und wieder Online-Code. Winnipeed. Ferro-Seed. Willeby. Penziar. Emolga. Baldor. Tranquil. Und Bianca. Ähm... Ist auch eine gute Karte. Ist ein Supporter. Der Reverse ist a Ferro-Seed. And Rare. Is a Skull-Repeat. Rare. Okay. Weiter mit dem. Ja. Ich kenne die Namen nicht jetzt so gut. Von dem neuen Ding-Bums. Also ich habe mich schon besser daran gewöhnt. Aber noch nicht so. Pampor. Seawall. Klink. Foroseed. Besklen. Ferrethorn. Boulder. Und Lilligant. Als Reverse. Ein Boulder mit diesem Design. Die haben alle die Typen. Die Pokémon haben alle die Typen unten an der Karte. Und als Rare. Kobalien. Ja, das ist ein Kobalien. Kobalien Holo. Hammer, 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 Hammer. Auch von den Linken. Ja. Weiter mit dem Flampivian Pack. Vielleicht beschädigen wir jetzt die Güter mal mit. Äh. Warte. Okay, egal. Haben wir eh noch viel. Reiß auf. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber gestern hat mir einer von Pokémon, der erzählt, dass da müssten so zwei bis drei Full Arts drin sein. Wenn es nur zwei sind, ist es ein schlichtes Display, hat er gesagt. Aber naja, weiter. Und die Rare Thornadoes Full Art. Alter. Okay, zwei Full Arts schon im Display. Das ist natürlich, also das ist echt Hammer. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal hier schnell zeigen können. Das sind die Haupt Full Arts der Serie. Ja. Dann geht's weiter mit dem Flampivian Booster. Die gehen alle so schlecht auf. Also müssen wir vielleicht bei den letzten Booster eine Schere holen. Weil ich die aufheben will. Goffita, Pearl Young, Courtney, Pampor, Pensage, Grapeball, Goforida und Galavantula. Der Versus Abbasculin und der Rare Leopard. Okay. Wir machen mit diesem Part Pause und machen gleich den nächsten. Tschüss, bis dann.